Hallo zusammen, was wir uns gleich anschauen werden, ist kein Spaß, keine Satire, keine Fälschung. Letzte Woche fand die Europameisterschaft im Eiskunstlauf statt. Gastgeberland, Finnland. Und Finnland hat sich zur Öffnungszeremonie etwas ganz Besonderes ausgedacht. Sie dachten sich, warum sollen nur Eiskunstläufer auftreten, die sehr gut sind oder Profis sind bei der Öffnungszeremonie? Wir können doch mal Diversität feiern und jeden auftreten lassen. Aber ganz besonderes Highlight sollte eine Transfrau werden, die im fortgeschrittenen Alter erst entdeckt hat, dass sie eine Transfrau ist und dass sie Eisprinzessin werden möchte. Und ein Highlight ist es geworden. Ein Highlight ist es geworden. Schauen wir uns mal den Clip an. 45 Sekunden. So, hier ist das Highlight. Schon ziemlich wackelig, würde ich sagen. Aber gut. Hier aus dem finnischen Fernsehen. Drehung. Ei, ei, ei. Und ja, oh, oh, oh. Auch noch gestürzt. Auch noch hingestürzt. Aber man kann ja wieder aufstehen. Kann man nicht. Man kann nicht wieder aufstehen. Da kommt die Fahnenträgerin Finnlands. Hilft dem Mann hoch. Übergibt ihm auch noch die Fahne. Und schwört wieder ab. Es ist, es ist unglaublich. Wie fühlt man sich da eigentlich als Frau? Schauen wir uns das zum Schluss nochmal an. Also, er ist hingefallen. Er kommt nicht wieder hoch. Da kommt die richtige Kunstläuferin. Hilft ihm hoch. Und bilde ich mir das ein, weil sie so viel Schminke im Gesicht hat? Oder ist sie irgendwo zwischen Lächeln und Verzweiflung und Peinlichkeit? Weil ihr Land gerade repräsentiert wird als Fokus, als Sole Performance, die sonst keiner so bekommen hat. Durch jemanden. Naja, wir werden es gleich noch angucken. Durch jemanden. Durch wen? Ja. Und dann hat er es aber geschafft. Und darf noch die Fahne seines Landes schwingen. Ai, 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 ai. Okay. Er wurde hinterher noch interviewt, was er denn da empfunden hat, wie das denn abgelaufen ist. Es wurde tatsächlich gefeiert hier im Film. Also, wie heißt er? Mina Maria Antikainen oder so ähnlich. Wie war deine Erfahrung? Das ist direkt nach dieser spektakulären Performance gerade. Es war super aufregend. Ich werde es nie vergessen. Das werden viele nicht vergessen. Und es beweist, wie schwierig diese Disziplin ist. Weil du hingefallen bist, beweist es das, okay? Und jetzt mal ganz ehrlich. Es ist ja nicht so, dass er zufällig da gelandet ist. Es hat einen Grund. Natürlich, ihr wisst welchen Grund. Nämlich nur dieses Trans-Dasein. Das ist das einzige, was ihn da hingeführt hat. Ich werde es euch auch noch gleich zeigen. Oh. I feared I would fall and it did happen. Aha, hat er wohl auch schon gemerkt. Ja. Aber es war trotzdem lustig. Und hat Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob es wirklich allen Spaß gemacht hat. Also, ich fürchte, die Frauen, wie fühlen die sich eigentlich in dieser Trans-Ideologie? Ein Mann, der in diesem Fall mit 50 Jahren beschlossen hat, ein Eiskunstlauf-Prinzessin zu werden. Ein paar Jahre das trainiert, sehr amateurhaft, sag ich mal, mit über 50 Jahren damit anfängt. Und dann dort zur Europameisterschaft auftritt bei der Öffnungszeremonie. Wie fühlen sich da die Frauen? Wie fühlen sich die Frauen, die das seit langem machen und das professionell machen? Mehrere Stunden am Tag. Und dann müssen sie demjenigen hochhelfen. Was ist dein Hintergrund? Ah, hier sagt er es. Ich habe mit 50 Eiskunstlauf begonnen, oder Schlittschuhlauf begonnen. Es war mein Kindheitstraum, als eine Frau Schlittschuh zu laufen, auch wenn ich als Mann geboren wurde. Oder männlich geboren wurde. Knallhart, ne, vom finnischen TV, dass sie während des Interviews seine Performance nochmal rein spielen. Oder vielleicht hat das jemand in YouTube so zusammengestellt. Ich weiß nicht, ob es so original gelaufen ist. Also seit neun Jahren fährt er jetzt Schlittschuh. And now I'm able to do things on ice. Ja, things bist du able to, aber das ist auch jeder. Aha, hier. Now I'm competing and appearing on shows. It's a nice career, but Covid slowed it down. Still improving. Aha, er hat also eine ganze Karriere daraus gemacht. Er wird immer wieder eingeladen zu verschiedenen Shows, um dort aufzutreten. Warum ist es so interessant, eine 59-jährige Frau zu sehen dort? Oder sagen wir einen 59-jährigen Mann? Nein. Es geht hier nur und nur um die transideologie. Das macht es so interessant. Und deswegen wird er überall eingeladen zu Shows. Das ist auch eine ganz schlechte Moral natürlich in der Gesellschaft. Wenn du groß rauskommen willst, wenn du Aufmerksamkeit willst, dann weißt du, was du zu tun hast. Stunning and brave, sagt die Interviewerin vom finnischen Fernsehen. Stunning and brave ist, dass wir das anschauen müssen und dass ihr das sendet. The slogan is here, come as you are. Das ist der Slogan von der Europameisterschaft. What does it mean to you? Aber das zeigen sie nicht mehr, was das bedeutet. Okay, schauen wir uns mal die Seite an von der finnischen Europameisterschaft. Von der Europameisterschaft im Schlittschulauf in Finnland. Dort sagen sie einige interessante Sachen. The spectacular opening ceremony praises equality and diversity. Ja, so kann man das natürlich auch formulieren. Und jetzt hier sagen sie. The opening ceremony will present skaters at various levels from non-professionals to top athletes. On the ice we will see single skaters, synchronized skaters and pairs. Included among the performers are figure skater Mina Maria Antikainen, who defines herself as a gender neutral woman. Also zunächst einmal, das ist die einzige Person, die hier namentlich genannt wird. Nicht nur namentlich genannt wird, sondern auch noch verlinkt wird hier auf eine Seite von der finnischen Skating-Seite. Das ist er also. Hier sieht man ihn auch noch in einer anderen Performance, wie er da Eisprinzessin ist. Mit 50 Jahren angefangen und jetzt macht er das seit 9 Jahren und geht damit auf Tour. Das ist also seine Identität jetzt geworden. Okay, das ist die einzige Person, die hier namentlich genannt wird. In der ganzen Seite der Öffnungszeremonie von diesen angeblich Diversity-Leuten, die an der Öffnungszeremonie auftreten. Habt ihr ja gerade gesehen, Solo, alle Lichter auf ihn etc. So, dann doch. Achtung, habt ihr gehört? Who defines herself as a gender neutral woman? Eine genderneutrale Frau. Was bitte ist auch noch jetzt eine genderneutrale Frau? Was ist das? Was müssen wir uns hier wieder antun? Genderneutrale Frau. Wir haben uns schon daran gewöhnt. Eine Frau ist also nicht mehr nur biologisch definiert, sondern wenn sie sich nicht sowieso weigern, es zu definieren, dann ist es irgendwie sozial definiert. Deswegen kann sich ja jeder aussuchen, ob er eine Frau sein möchte oder nicht. Weil das Soziale und das Innere gefühlte, das ist das Entscheidende. Okay, aber dann, wie kann es eine genderneutrale, also sozialgeschlechtneutrale Frau geben, die sowieso nur durch Sozialgeschlecht und Gefühle definiert ist? Was soll das sein? Gender neutral woman. Das ist, ja, ich glaube, da muss man wirklich Hilfe geben. Es geht auch nicht darum, sich lustig zu machen um einen älteren Herrn, der, sagen wir mal, schwere Art von Verwirrung hat und den man da aufs Eis lässt, damit da hinfällt und sich das ganze Internet darüber lustig machen kann. Die Schuld daran liegt an den Leuten, die ihn da hingeschickt haben. Hier seht ihr übrigens ein interessantes Like-zu-Dislike-Verhältnis. Sehe ich jetzt erst. Das ist das Problem. Einzelne Menschen mit verschiedenen psychischen Herausforderungen gibt es immer, aber man schickt sie doch nicht auf eine Bühne. Man gibt ihnen doch keine große Aufmerksamkeit. Man bestätigt sie nicht darin. Man sendet sie doch nicht international. Das ist der Fehler. So, und ihr seht hier, das hat durchaus System. Auf dieser Seite steht auch, Figureskating is a very conservative sport with various strict rules. In international competitions, so beschwert sich hier jemand vom Eiskunstlaufverband Finnlands, in international competitions, same-sex skating pairs are not allowed and there is no category for non-binary skaters. I hope that every country will start working for equality and diversity in the field. Also, es gibt keine Kategorie für Paarlaufen gleichgeschlechtlicher Art. Immer nur Mann, Frau bisher. Ist doch unfair. Wo ist da Equality? Und es gibt auch keine eigene Kategorie für nicht-binäre Eiskunstläufer. Ja, warum gibt es nur eine für Männer und für Frauen? Das ist alles sehr unfair. Das muss man ändern. Das ist hier die Idee. Einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie das in Zukunft aussehen wird. Und das habt ihr hier schon bekommen. Das ist eine Ideologie, die uns alle mehr und mehr von jeglichen menschlichen, natürlichen Kategorien abbringt. Nicht nur zu solchen Bildern führt. Nicht nur zu Leuten führt, die ihr ganzes Dasein durch die Aufmerksamkeit definieren, was sie dafür erhalten. Anstatt, dass man ihnen vernünftig hilft, schmeißt man sie tiefer in die Misere, feiert das Ganze auch noch und sagt allen Menschen, die das nicht verstehen, ihr seid nicht progressiv, ihr müsst fortschrittlicher sein. Diese Art von Fortschritt ist aber nicht das, was alle Menschen für sich selbst, ihre Familien und die Gesellschaft wollen. Ich fürchte, so etwas werden wir in Zukunft immer mehr und mehr sehen. Freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao.